ein kleines test die video in diesem video probiere ich etwas aus was Prozent vielleicht man ab oder leichter würde euch gucken ob die Qualität gut ist auf der Baustelle neben der Spiele hat und ein Kram rum alles muss ja nicht interessieren cool Hebel naja bis dann auch scheiße angehängter Test